Hallo liebe Uhrenfreunde und ein herzliches Hallo aus der Alexander-Scharukow-Uhrenmanufaktur. Bald ist es soweit, die Presseschau in Wien steht uns bevor und auf dieser wunderschönen Lifestyle-Messe dürfen auch wir nicht fehlen. Passend zu dieser Messe haben wir ein wunderschönes neues Modell entwickelt. Dieses Modell möchte ich Ihnen heute zeigen. Das neue Modell Merkur bietet neben der gewöhnlichen Zeitanzeige noch die Anzeige des Tages, des Wochentages und des Monats an. Zugesetzlich hat es bei der 6 Uhr Position noch eine wunderschöne Mondphasenfunktion. Dieses Modell wird ausgestattet mit einem handgravierten Automatikwerk und ist streng limitiert auf 31 Stück. Dieses Modell und viele weitere wunderschöne kreative Modelle können Sie bei uns auf der Presseschau in Wien auf unserem Stand bewundern. Ich freue mich sehr auf Sie. Kommen Sie vorbei. Es wird bunt, es wird kreativ und ganz sicherlich nicht langweilig. Ich freue mich auf Sie. Bis bald in Wien. Tschüss.